Es ist wie in allen Städten in der Welt. Die Jugend ist verdorben. Das ist einfach so zu sehen. Da läuft gerade eine Dame vorbei. Die ist angenehm, als wäre es nur Sommer gewesen. Über 30 Grad. Die Dame. Und äh... Brickten. Das ist unglaublich. Mhhhhh... 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 Also... Komm jetzt, du musst noch ein wenig weiter schmerzen. Da haben wir lauter getätowierte Leute. Chinesische Schlitzäuser. Da aus Afghanistan. Ein paar Leute, die wir treffen haben. Unter dem Burger King. Einfach die fette Leute malen. Aber sie sind alle dünne. Da hinten, schau. Rechal, von Swiss Television. Hey! 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 Hey, Dominik! Ja, ja! Ja, ja ja! Is es zwischen Swiss Television? It is your friend here. Ja, why? Hallo! Hallo! That's crazy! Hallo! Hallo, how are you? This is Switzerland. He is fröhntig von uns there. Sorry? What should I say? Look, jetzt kommt es um einen. Ich stehe nach Bier. Ach, das ist doch Fisch. German! German, yes. You're my German? A little bit. Ich nehme dich. Frickton war aber mal bekannt für die Jeansproduktion. Aber seit den 90ern wurde die Produktion lahmgeleitet. Jetzt werden nur noch meine Röcke produziert. Die Damen, die da oben anlaufen, also halbnackt. Das ist sehr schön natürlich für uns. Wir sind zudreut. Wir packen noch eine und ich mit dem Auto. Wir werden einfach absteigen laufen. Ja, schön oben da. Da kommt voll ein normaler. Ja, grünlich auch bin ich normal. Hast du die drei wieder gesehen vorhin? Ich habe keinen Schluck Alkohol gehabt. Ich bin voll nüchtern. Jetzt gehe ich aber weiter zum Auto, zu unserem Ford Fokker Steyl. Wir gehen weiter in eine andere Stadt. Ich habe nichts berichtet. Ich bin sprachlos. Echt? Sprachlos. Auch nicht für Glanz und Gloria? Nein, ich habe wirklich nichts zu sagen. Ich finde... Also du bist schockiert. Mach mir Sorgen über die Welt. Ich kann wirklich deine Stimmung... Nein, ich glaube wir müssen... Wir müssen so viel für die Jugend... Wir müssen so viel für die Jugend... Wir müssen so viel für die Jugend... Ich glaube es ist besser, wir brechen den Film ab. Ich muss mich jetzt so fit in... Kümmern... Und mich noch etwas trösten. Kannst du das zahlen pro Stunde? Nein. Was ist das? Ein importierten Chines. Ja, die sind günstig in... Was willst du zu haben? Und als Goal ist es nicht immer gut. Der muss einfach die Eier einschlagen mit dem Hockers.